Salvete! Seid gegrüßt! Latein einfach erklärt von Anne Ich möchte dir in diesem Video einen ganz besonderen lateinischen Dichter vorstellen. Er schreibt über Verdauungsprozesse, Klatsch und Tratsch, Ehekrisen, Heuchlerbetrüger und sexuelle Eskapaden. Er beschreibt das unappetitliche Treiben in den Thermen, aber auch die Arena des Kolosseums oder die Kaiserpaläste auf dem Palatin. Wer wird denn mit solchen Themen berühmt und wie heißt dieser Dichter überhaupt? Sein Name ist Martial. Sein Werk sind die Epigramme. Schauen wir uns diesen Dichter und sein Werk einmal genauer an. Ich sage dir etwas zu seinem Leben, seinem Werk, gehe dann auf die Gattung Epigramm ein und zeige dir ein kurzes Beispiel. Du erfährst, über welche Themen Martial schrieb und welche Bedeutung er für uns hat. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinem Problem. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus auf www.sofatutor.com Probiere es am besten auf www.sofatutor.com